Wisst ihr, in Immobilien investieren, das kann jeder, das ist ja nicht besonders, das gibt nicht den richtigen Kick. Wir investieren hier in Yu-Gi-Oh! Karten. Wisst ihr, in der letzten Bandlist kam ja ein Kirin wieder und der super smarte Steffen hat sich letztes Jahr im Januar fünf Kirins gekauft für jeweils zwei Cent und konnten vier von denen jetzt einfach wieder für knapp drei Euro verkaufen, nachdem die Karte wieder zurückkam. Und in dem Moment habe ich mich natürlich unfassbar euphorisch gefühlt und mir einfach so gedacht, so schwer ist Kapitalismus ja gar nicht. So seitdem habe ich auch straight up ein BWL-Studium angefangen, habe beim Amt einmal eine Namensänderung zu Justus eingereicht und bete jeden Abend vorm Schlafen gehen einmal zu meinem Gott und Erlöser Christian Lindner. Und ja, ich habe Kapitalismus anscheinend einfach durchgespielt, ich bin einfach smarter als andere und deswegen dachte ich mir, wie kann man das jetzt noch auf die Spitze treiben? Und ich werde nicht steffen, wenn ich nicht wüsste, wie man schlechte Entscheidungen trifft und dementsprechend habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe einen, ja, kleinen Einkauf getätigt und den werden wir uns heute einmal anschauen. Denn wir schauen einmal, kann man mit einer kleinen Investition in gebannte Karten vielleicht ein bisschen Geld machen? Denn ich hatte noch einen Koloss rumliegen, den habe ich straight up am selben Abend noch verkauft für 14 Euro, die Kirins hatte ich unter anderem verkauft und da dachte ich mir so, sobald eine Karte von der Bandits kommt, dann ist das eigentlich eine Möglichkeit, wie die ein bisschen steigen könnte und jetzt kann ich mir ein paar gebannte Karten kaufen und mal gucken, ob die dann in ein, zwei Jahren vielleicht, wenn die, ja, mal entbannt werden sollten, ob die dann steigen und ich ein bisschen Stonks machen kann. Also habe ich mein schwäbisches Geld, welches ich natürlich seit meiner Geburt straight up verdient habe mit Ferienjobs, mit zwei habe ich schon am Band gearbeitet, in die Hand genommen und habe für ungefähr 40 Euro in gebannte Karten investiert, die meiner Meinung nach vielleicht irgendwann innerhalb der nächsten Jahre zurückkommen können und ich kann jetzt schon mal sagen, höchstwahrscheinlich wird der zweite Teil von diesem Video tatsächlich erst in einem Jahr kommen, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie hätte Steffen denn ein bisschen Geld wahrscheinlich in den Sand gesetzt? Fangen wir mit der ersten Karte an und das ist das Künstlerzauberer Flüschfeuer. Kennt noch jemand Pippe? Ich habe inzwischen 14 Stück davon, weil ich hatte teils schon mal welche gekauft gehabt und dann habe ich mir jetzt noch mal ein paar geholt. Jetzt habe ich 14 von den Dingern, die haben mich zusammen insgesamt 3,70 Euro gekostet und ich sage es mal so, wenn das Ding zurückkommt, nur auf 50 Cent hochgeht, ich meine, dann habe ich 7 Euro, dann habe ich das basically verdoppelt, also von dem her kann ich mich da glaube ich nicht beschweren, dementsprechend, ja, gucken wir mal, ob diese 14 Stück tatsächlich dann irgendwas wert sind, die kommen auch alle übrigens in diese wunderschöne Box, die ist sicherer als die Deutsche Bank tatsächlich, wie man hört, ist absolut pures Gold, da wird das Ganze natürlich auch aufbewahrt, aber wie gesagt, wir haben 14 mal das Flüschfeuer für 3,70 Euro, bei weiß, das ist so eine Karte, by the way, ich habe ein paar Karten, die wahrscheinlich eher nicht unbedingt zurückkommen, aber ich hatte trotzdem Bock zu investieren und wie gesagt, am Ende waren wir nur bei ungefähr 40 Euro, weil das Geld hatte ich eigentlich nur auf Kartenlage drum liegen und dann dachte ich, komm, ich lasse mir das jetzt nicht auszahlen, wir investieren das ein bisschen, 14 mal Flüschfeuer. Die nächste Karte ist prinzipiell eine, bei der manche Leute schon gesagt haben, was eventuell auf dieser Band es wiederkommen könnte und das ist Streichbuben, Miau Miau Mu, ich habe mir eigentlich von der Rare 6 geholt, aber ich habe eine an eine Freundin verschenkt, die fand die süß und ich dachte mir so, ja, why not? Und ich hatte tatsächlich noch eine Super rumliegen, die haben prinzipiell alle zusammen 30 Cent gekostet, also, ja, 6 mal Miau Miau für 30 Cent, wie gesagt, wenn die Karte tatsächlich nur, keine Ahnung, 20 Cent wert werden sollte, dann kann man da auch wenigstens ein bisschen Geld machen, deswegen, ja, Miau Miau, warum nicht? Die Karte wird safe irgendwann bestimmt zurückkommen. Kommen wir als nächstes zu einer Karte, die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen eher unrealistischer ist, so Plüschfeuer wahrscheinlich eher unrealistisch, Miau Miau, schon eher realistisch, würde ich sagen, die nächste Karte ist wahrscheinlich auch eher unrealistisch, beziehungsweise wird es wahrscheinlich niemanden großartig jucken, da die meisten Karten aus dem Deck damals auch nicht mehr so krass sind, zum Beispiel hat Firewall jetzt eine Ratung bekommen. Wir haben Spioral-Generalplan, 2 hatte ich noch zu Hause rumliegen, ich habe die jetzt einfach mit reingerechnet, so als ob ich die auch gekauft hätte. Wir haben den jetzt 8 mal, den Generalplan, bin gespannt, ob der irgendwann zurückkommen sollte, das hat mich übrigens 3,92 Euro gekostet, die ganzen Dinger hier, wie gesagt, ich habe meine 2, die ich jetzt hatte, einfach reingerechnet und so getan, als hätte ich die auch gekauft für den selben Preis. Die Karte, die keinen One-Spit-Turn hat, cool, aber wie gesagt, sowas wie Firewall, der damals glaube ich da auch drin gespielt hat, der ist inzwischen halt eh, ja, nicht mehr so geil und dementsprechend Generalplan, ich meine, guckt euch die an, die könnte meine Sekretärin sein, während ich meine harten Business-Moots raushaue. Kommen wir zur nächsten Karte und da habe ich 6 Stück, die haben 2,94 Euro gekostet, ist der gute Blockdrache für, ja, 6 mal haben wir den gekauft und, äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kommt er ja irgendwann mal wieder, ist auch eine Karte, wo viele gesagt haben, die könnte vielleicht wieder auf 1 zurückkommen, äh, ich will mich dazu nicht äußern, weil ich dafür viel zu wenig Ahnung von Rocks habe, ich bin tatsächlich der, der bei Schere, Stein, Papier meist immer eher Richtung, ja, Schere tendiert, weil ich predikte, dass die Leute glauben, dass ich Stein nehme, deswegen Papier nehme, deswegen nehme ich Schere, ich so versuche das auf einer Meta-Ebene zu machen, ne, aber ja, wir haben 6 mal den Blockdrachen, vielleicht kommt er auch irgendwann mal wieder, da kann ein Kumpel von mir was sagen, der spielt mit Stein generell, seit er klein ist. Kommen wir zur nächsten Karte und das ist auch wieder eine, wo manche tatsächlich den Guess hatten, dass die vielleicht wieder zurückkommen könnte, weil die tatsächlich gut für Goblin-Bike ist und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die innerhalb der nächsten Band vielleicht tatsächlich wieder zurückkommt, das ist auch die teuerste prinzipiell, da haben mich 5 Stück 9,90 Euro gekostet, also knapp 2 Euro das Stück, das ist, äh, MX Hable Beschwererob, den habe ich mir 5 mal dann auch in Secret geholt, bin gespannt, ob die zurückkommt, ähm, davon gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele, so wenn ich mal bedenke, Plüschfeuer hat oder Mjamamu, die haben halt tausende Stück so, aber den gibt es wahrscheinlich nicht so hart, das heißt, wenn der vielleicht, keine Ahnung, vielleicht geht einer, wenn der zurückkommt, auf 5 Euro hoch oder sowas und dann, keine Ahnung, ist das 25, dann haben wir ein bisschen Songs gemacht, das ist so ein bisschen das Risky-Ding, wo ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe, also allein die 5 sind halt schon ein Viertel von all dem Geld, was ich ausgegeben habe, aber schauen wir mal, bin gespannt, was wird. Okay, wollt ihr wissen, bei welcher Karte ich reingecashed habe und mir eigentlich so denkst du von wegen, die wird nicht zurückkommen? Norden. Ich, äh, hab mir 5 mal Norden geholt, der hat bisher nur einen einzigen Print und das ist in CT12, also, das ist, äh, eine Weile her und nur einen einzigen Print, dementsprechend, wenn die Karte zurückkommen sollte, irgendwann, ich glaub's nicht wirklich, weil es ist halt, so, keine Ahnung, wenn die Karte kommt, dann muss halt eigentlich Instant Fusion gehen oder sowas, das, 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 das kann halt nicht sein, dass beide zusammen existieren, das war halt echt ein bisschen krass, aber ich merk' gerade vor allem, ein Synchron-Exis und ein Synchron-Exis-Monster-Windows-Karte-Special-Summon, genau, das ist ein, äh, Super-Poly-Target. Ähm, man kann ja zum Beispiel Entis, kann man nicht mit Super-Poly holen, weil die durch ihren eigenen Effekt quasi als, äh, Kontakt-Fusion quasi kommen muss. Norden kann gesuper-Polyt werden und einfach zwei Exis, zwei Synchro oder ein Synchro, ein Exis, äh, why not? So, keine Ahnung, so, dann, da muss man Super-Poly spielen, dann können das nur Decks spielen, die Super-Poly spielen, und dann ist das tatsächlich ein ziemlich, ziemlich gutes, äh, Super-Poly-Target, dementsprechend, ähm, fünfmal Norden, by the way, fünf Euro, ein Stück, ein Euro, wenn die zurückkommen sollte, kann ich mir vorstellen, dass die Karte tatsächlich, wenn die keinen Print direkt hat, mal auf ihre fünf bis zehn Euro hochgeht, und ich hoffe es ein bisschen. Die nächste Karte hasse ich ungemein, ich mag das Deck gar nicht, ähm, das ist Math-Mech, äh, hat bisher natürlich auch nur den einen Print aus Power of the Elements, den haben wir auch sechsmal, der hat mich 2,94 Euro gekostet, ja, meinetwegen kann die Karte ja noch wegbleiben, also ich mag die Karte persönlich gar nicht, ich mag Math-Mech nicht unbedingt so, weiß nicht, drei Punkte, Mathe-Abi hat mich vielleicht ein bisschen geprägt, was das angeht, aber ja, keine Ahnung, hoffentlich bleibt der weg. Eine der letzten, wenn nicht sogar, vielleicht die letzte Karte, die von dem ganzen Halki-Fibrex-Stuff noch gebannt ist, ist aufblühende Blumenzwiebeln. Davon habe ich ebenfalls sechs Stück, die haben mich zusammen 1,77 Euro gekostet, sondern die kommenden Varianten, aber sollte die Karte wieder zurückkommen, was auch schon manche gedacht haben, weil die ist, glaube ich, im OZG auch wieder zurückgekommen, das heißt, die könnte bei uns demnächst vielleicht auch wiederkommen, solange halt, wie gesagt, sowas wie Hulk oder so gebannt ist, und ja, why not, so ein bisschen wird da kommen, Zwiebeln sind eh geil, ganz ehrlich, also angebratene Zwiebeln, wundervoll. Okay, und jetzt, die letzten Karten sind prinzipiell eine kleine Engine, die viele Decks spielen, die aber auch gebannt ist, und wenn ihr die seht, werdet ihr sagen, so von wegen, ah ja, die Engine, hoffentlich nicht, aber ist die heutzutage noch so OP? Schreibt das gerne in die Kommentare, ich will mich dazu nicht äußern, aber wir spielen Granat, den guten Garnet, den haben wir an sechs Stück, der hat mich gekostet, lasst mich nachgucken, auch sechsmal für 2,94 Euro, und ja, natürlich, wenn ihr jetzt schon Granat seht, dann wisst ihr ganz genau, welche kleine Engine kommt, den haben wir nämlich sechsmal und dann muss ich hier gar nicht weiter, ja, cutten prinzipiell, wir haben viermal Seraphneed noch, denn, ja, die hat mich gekostet, 1,96, denn wenn man schon halt Granat spielt und dementsprechend natürlich auch die brillante Fusion, dann muss man halt auch, ja, den Granat spielen, komm, jetzt können wir Granat, damit der nicht so einzeln rum ist, können wir den hier noch dazu holen, ähm, die Seraphneed waren, by the way, wie gesagt, 1,96, und die vier Brilliant Fusions, weil drei davon sind Secret, eine ist ne super, für 4,70 Euro. So, damit haben wir alles und damit sind wir tatsächlich insgesamt bei einem Wert von 40,07 Euro. Ich werde das Ganze natürlich, ähm, einmal im Video nochmal kurz einmal nennen, so, von wegen, äh, ich bin gespannt, hier seht ihr übrigens diesen ganzen Kartenhaufen, der mich jetzt quasi 40,70 Euro gekostet hat, und irgendwann, wenn, äh, wahrscheinlich werde ich das nächste Video, das Folgevideo zu dem Ding hier machen, sobald auf der irgendeiner Bandlist irgendeine Karte davon wieder zurückkommen sollte. Ähm, ich vermute, das wird wahrscheinlich eher so in die Richtung Blumenzwiebel gehen, beziehungsweise, äh, Invoker oder Miamiamu, das sind so die drei, wo ich eher glaub, dass die vielleicht zurückkommen werden. Ich bin sehr gespannt, ich freu mich schon, wenn ich den, äh, zweiten Teil davon machen kann, von dem her, hast gern ein Like unten und ein Abo da, das wär sehr cool, und guckt auch auf Twitch vorbei, äh, wir streamen auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! natürlich, dementsprechend da Masterdoll oder auch, ähm, Locals, von dem her, ja. Würde mich freuen, dann seht ihr euch beim nächsten Mal, bis dann, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was für schlechte Entscheidungen ich noch zu treffen soll. Bis dann.